Herzlich willkommen im Landhaus im Lasbert. Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Wir arbeiten zielorientiert und konzeptionell nach unserem erprobten und immer individuell angepassten Betreuungskonzept, das den einzelnen Menschen mit seinen besonderen Eigenheiten und Fähigkeiten im Blick hat. Wir bieten vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege und sind als kinder- und familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF, 2020